Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 4 und wir zocken Second Assault. Oh ja, Premium, denn wir zocken Second Assault und ja, was kann man denn sagen? Die Folge wird auf jeden Fall Back to Metro heißen, ist klar. Und wir packen auch wieder die IK971 aus und dann geht's auch richtig ab. Und sie bekämpfen sich da schon. Und bevor ich's vergesse, Neonatore ist auch noch da. Halliolo, ja. Er kann aber nicht... Er leckt rum und kann nicht sehr viel reden. Töte ihn. Perfekt. Das nennt man Teamwork. Was? Alter, PP2000. Scheiße. Bist du schon gejoint? Ja, ja. Ey, es geht grad richtig fett ab. Es leckt zwar ein bisschen rum manchmal, also dieser hässliche Frame. Aber... Ansonsten... Geht's. Komm, komm. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Alter. Wie behindert sind die denn? Junge, du glaubst doch nicht wirklich... ...dass du ja vom Fleck kommst. Lieg am Boden. Uah! Und Bravo wurde übernommen. Ich kann dir nur sagen, pass auf, wenn du über diese Dinger läufst. Nein, da. Auf dich auf, Junge. Ach komm, das darf doch nicht wahr sein. Es leckt so rum. Au. Geißet, ne? Will ja nichts haben Das ist Kur Ich bin sowas von tot Und ich war gemessert Ja ich wollte die grad holen Also ähm rechnen aber Delta kannst du mal unseren Leuten zeigen Was neu ist an Operation Metro Ja Denn es gibt vieles Neues und ich weiß aber leider Nicht wo die ganzen Sachen sind Ah da sind sie ja schon Glaub ich mindestens Ja das ist glaube ich Ja das ist neu Aber nichts besonderes Hier muss irgendwo aber Ein Fahrkartenschalter sein Was das war doch ein glatter Headshot Junge Alter Lassen wir gucken wo diese Fahrstühle sind Fahrstühle ok Kannst du wieder bleiben Wozu das sind die Fahrstühle Da hier direkt hier Aha Da kann man runter Ja von unten kommt man hoch Ok Aber das wird wahrscheinlich behindert sein Die Framerate ist ja beschissen ey Ja aber was willst du Die ganzen Leute joinen jetzt auf Second Assault Und Machen nur Bullshit Also das liegt vom Bug total rum gell Junge ich kann nur sagen Es ist einfach nur geil Junge wir sind schon am Base rapen Jopp und ich wurde gemessert Und du wolltest Ach ich kann dich nicht wiederbeleben wenn man gemessert wird Das ist behindert Wirklich? Nein 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 Boah fuck Ich war nachladen das darf nicht wahr sein Alter wir haben gar kein Recht zum Base rapen ey Guck mal da ist noch komplett Ja ich join schon zu dir Und guck dir mal die geile Map an Oh ja Ah Boom Geht gleich eliminiert Bleibt da unten an der Flagge Aber wir stehen bleiben hier Ey das ist doch krank Es ist einfach nur geil Das ist die erste Map wo ich sagen kann Ich liebe sie Ja Habt das gemacht ne Aber okay das ist der Erste Tag wo es das gibt ja Wir haben die Stiegen teilweise backen bei mir ein bisschen rum Versteht man mich eigentlich deutlich? Ja ein bisschen ne Ist aber nicht komplett Ne Definitiv nicht Ja leider spielen wir nur zu zweit auf TS Nick und Panus holen sich Premium wahrscheinlich noch Und wir dominieren gerade ziemlich krank Naja was erwartest du in meinem Metro What the fuck Ja Ja Metro da kennen wir uns mehr oder weniger ziemlich gut aus Boah Da kam einer Hä wat Alter wer das jetzt gesehen hat Er denkt was für ein Fick war das Er ist oben und tötet mich unten Bleib von den Fahrstühlen weg Neo Ja ich weiß Sehen Ich bin nicht für Messern Alter ich sprühe nur rein und sie gehen down Und oben geht die Post ab Wie ging das nochmal? Komm Oh ja Guck mal hoch Wie guck mal hoch? Glitzt du jetzt herum? Boah ok runter gehen ist ne ganz schlechte Die haben's voll verbarrikadiert Ja Aber nicht für Delta Er hat's immer noch drauf auf Metro Nein da war ne Claymore Da war ne Claymore Du Lutschei Da liegt da ne Claymore Und das die ersten Tage von Metro Second Assault Day Das darf nicht wahr sein Kein Skill diese Bobbys Kein Skill Null ja Nein Scheiße meine Waffe war leer Nein Fuck das tötet mich wieder Aber wie sieht denn eigentlich unser Score aus? 17,6 Meiner sieht scheiße aus 17,6 Das ist nicht schlecht Dafür dass ich Heute meinen ersten Tag auf Metro habe Was macht der denn hier? Base rape Ich bin mal gespannt Ob man's noch schafft Base rape Nee ob man hier durchkommt Oh ja man kommt durch Das haben sie nicht weggemacht Nein da war ich zu langsam Nein Das darf nicht wahr sein Mann Man kann immer noch hinten rum Wirklich? Ja Es geht Okay geil Na mach ich jetzt wieder Ich geh jetzt wieder von hinten Und fix dann wieder von hinten Wie geil Er will mich snipen Und ich leg rum natürlich Komm Und sieh du mein Weniges wenig Oh ja Leute die haben den Ich glaub Boah Und die Runde Ich hatte gerade einen vor mir Ja Leute Tja Ihr könnt natürlich posten Ob euch Diese neue Map hier gefällt Oder nicht Ob sie es gut gemacht haben Oder nicht Ob wir rumgenoobt haben Oder ob wir richtig geil Herangegangen sind Lass doch einfach mal Einen Kommentar Und ein Like Das wär nicht schlecht Warum ja Bye bye Na gut Hasta la vista Und bis zum nächsten Mal Naja in 5 Minuten wahrscheinlich Naja in 5 Minuten Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal